Die Lindener Narren machen Stunk im GOP. Eine Stunksitzung hier in Hannover war längst überfällig, wenn es nach Präsident Martin Agendorf geht. Hannover macht so viel Mist, da brauchen die auch mal Stunk. Nein, es gab in der Lokalpolitik so viel Verrücktes und Irrationales, dass man gesagt hat, das muss man doch mal in die Öffentlichkeit bringen. Und so ist das Motto, den Finger in die Wunden legen. Hannover empfing zur Eröffnung Barack Obama. Was für ein Polizeiaufgebot damals. Unzählige Auflagen und Regeln für die Bürger. Und viele Straßen wurden gesperrt. Gesperrte Straßen gibt es weiterhin. Verkehrsbelastung, Müllgebühren, eine Anspielung auf die ROC-Werbeaktion der Östra und natürlich der politische Platzhirsch SPD. Alle bekommen ihr Fett weg. Da wird dann Oberbürgermeister Stefan Schostock zum Huhn und Regionspräsident Hauke Jagau zum Drachen. Also, wenn du zur Schule gehst, dann bist du in meiner Welt. Wenn du ins Krankenhaus musst, lebst du in meiner Welt. Wieso? Das Krankenhaus steht doch direkt neben der Schule. In der Selbststadt. Das ist doch der Witz. So weißt du, du es schaffst nie, wer gerade mal wieder Mist gebaut hat. Damit der Stunk nicht überhand nimmt, sorgen Spaßnummern zwischendurch für ein bisschen Auflockerung. Für ihre Stunk-Sitzung haben sich die Lindner Narren Gäste ins Boot geholt. Wie zum Beispiel den Tenor Jörg Erler. Auf der Bühne wird es zwischendurch immer wieder albern bis klamaukig. Das ist gewollt, sagt der Präsident. Stunk ist ja nicht Karneval, sondern es ist ja auch eine Parodie auf Karneval. Auf Kirche, auf Politik, auf alles. Also, man parodiert auch den Karneval. Das machen wir auch, obwohl wir eine Karnevalsgesellschaft sind. Also, insofern ist das nicht unbedingt ein karnevalistisches Vorbild. Nein, es kommt ja aus dem Kölner Klüngel. Und wir sind der Meinung, auch in Hannover gibt es genug Klüngel, dass man sowas machen kann. Und deshalb ist natürlich Köln so ein bisschen Vorbild. Nach vielen abwechslungsreichen Nummern und unzähligen Seitenhieben auf Braunschweig sind sich alle sicher. Hier in Hannover, wo man Lütje Lage trinkt, ist es am schönsten. Die rund 80 Beteiligten freuen sich, dass es jetzt auch in Hannover endlich eine ordentliche Stunksitzung gibt.